Im Rahmen der Normalverteilung werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, welche Befehle der wissenschaftliche Taschenrechner in diesem Zusammenhang besitzt bzw. wie uns diese Befehle beim Lösen verschiedener Aufgabentypen weiterhelfen. Bevor wir uns gleich die Taschenrechnerbefehle ein bisschen näher anschauen, will ich euch zuerst ein paar der wichtigsten Eigenschaften der Normalverteilung in Erinnerung bringen. Diese Eigenschaften helfen dabei, diese Taschenrechnerbefehle besser zu verstehen. In erster Reihe müsst ihr euch daran erinnern, dass die Normalverteilung eine stetige Verteilung ist. Das bedeutet übersetzt, wir können das Ganze durch eine Exponentialfunktion darstellen, hier mit V von X bezeichnet, und diese besondere Exponentialfunktion heißt Gaussche Glockenkurve. Ihr Funktionsterm, links abgebildet, sieht dann wie folgt aus. Zugegeben beim ersten Blick nicht schön, allerdings, es gibt nur zwei Parameter, die diese Funktion beeinflussen. Hier mit hellblau und grün dargestellt. Einmal Mu, das ist der sogenannte Erwartungswert, und einmal Sigma, das ist die Standardabweichung. Diese zwei Parameter kann man dann auch ganz gut an der Gausschen Glockenkurve erkennen bzw. zuordnen. Der Erwartungswert Mu ist immer die X-Koordinate vom Hochpunkt, und die Standardabweichung hat natürlich was mit den zwei Wendepunkten zu tun. Und zwar, wenn man vom Erwartungswert einmal Sigma nach links und einmal Sigma nach rechts geht, hat man die X-Koordinaten der Wendepunkte. Und noch eine Eigenschaft, die eigentlich am Schaubild schon offensichtlich ist, ist die Tatsache, dass das Schaubild symmetrisch zum Hochpunkt ist. Das bedeutet, die Wendepunkte links und rechts haben den gleichen Abstand auf der X-Achse von diesem Erwartungswert. Und natürlich sind auch die Y-Koordinaten der Wendepunkte identisch. Und noch eine letzte Eigenschaft, die in diesem Zusammenhang noch von Bedeutung ist, ist die Tatsache, dass diese Gausschen Glockenkurve eine Dichtefunktion ist. Also, das bedeutet für uns übersetzt, die Fläche, die dieser Funktion von Minus bis Plusunendlich mit der X-Achse einschließt, muss natürlich 1 sein. Und jetzt ist es natürlich an der Zeit, dass wir uns diese drei Befehle anschauen, die die wissenschaftlichen Taschenrechner mit sich bringen. Üblicherweise gibt es zwei Taschenrechner, die in Gebrauch sind, in den Schulen. Und zwar einmal die von Texas und einmal die von Casio. Das linke Befehl ist das Befehl aus dem Texas-Taschenrechner, Normal-PDF. Und auf der rechten Seite habt ihr das Befehl von dem neueren Casio-Taschenrechner, Normal-Dichte. Natürlich sind diese zwei Befehle identisch. Und sie bewirken folgendes, und zwar sie liefern den Funktionswert der Dichtefunktion an einer gewissen Stelle. Versuchen wir uns das anhand von der Gausschen-Glockenkurve vorzustellen. Also hier ist unsere Glocke. Und wir wissen ja, die x-Koordinate vom Hochpunkt ist natürlich der Erwartungswert. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch die y-Koordinate von diesem Hochpunkt haben möchten, dann können wir einfach die Werte im Taschenrechner unter diesem Befehl eintippen. Und damit haben wir auch die y-Koordinate. Natürlich kann man diesen Befehl auch benutzen, um die y-Koordinate der Wendepunkten zu bestimmen und so weiter. Der zweite Taschenrechnerbefehl sieht wie folgt aus. Auch hier auf der linken Seite mit Normal-CDF Texas-Taschenrechnerbefehl angedeutet und auf der rechten Seite für die Cassio-Taschenrechner kumulierte Normalverteilung. Dieser Befehl bestimmt die Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Bereich unter dieser Gausschen-Glockenkurve. Also das bedeutet, wenn wir uns jetzt wieder so eine Gaussche-Glocke anschauen, wir haben einen bestimmten Bereich zwischen a und b und wir möchten in diesem Bereich die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Das ist ja natürlich die Fläche hier zwischen Kurve und x-Achse. Und dann können wir einfach die Sachen unter diesem Befehl im Taschenrechner eintippen und bestimmen. Und der letzte Befehl heißt bei dem Texas-Taschenrechner Inverse Normal beziehungsweise bei dem Cassio In-Normal-V. Also nur eine Abkürzung dafür. Und das ist natürlich für die unangenehmeren Aufgaben gedacht. Dieser Befehl oder diese Befehle berechnet die Obergrenze, wenn die Wahrscheinlichkeit beziehungsweise die Fläche unter der Kurve gegeben ist. Versuchen wir uns das ein bisschen auch an Schaubild vorzustellen. Also das bedeutet für uns, wir haben eine unbekannte Obergrenze. Und das bedeutet, die Fläche, um die es geht, ist immer oder geht in diesem Fall von Minus unendlich bis zu dieser Obergrenze. Und wenn wir diesen Flächenhalt kennen hier, können wir natürlich den Wert für diese Obergrenze bestimmen. Das einzige Problem ist, der Taschenrechner kann nur von Minus unendlich bis zu einer Obergrenze rechnen. Das bedeutet in anderen Fällen, wenn die Flächenstücke auf der anderen Seite sich befinden, muss man entsprechend ein bisschen umformen. Für den Fall, dass euch diese kleine Übersicht zu schnell ging, keine Sorge, es kommen jetzt zu jeder dieser Taschenrechner Befehle typische Beispielaufgaben. Und hier ist die erste Beispielaufgabe. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Eine Zufallsgröße x ist normal verteilt mit phi 3,1 von x. Skizziere die zugehörige Glockenkurve mit Hilfe des Hochpunktes und der Wendepunkte. Okay. Also, aus der Aufgabenstellung finden wir ganz schnell an dieser Stelle raus, was Erwartungswert und Standardabweichung sind. Und das können wir auch mal ausschreiben. Mu ist natürlich 3 und Sigma, die Standardabweichung ist 1. Und dadurch wissen wir auch automatisch, dass die x-Koordinate vom Hochpunkt der Erwartungswert ist. Also, ich nenne es mal xh. x-Koordinate vom Hochpunkt ist dieser Wartungswert 3. Dann brauchen wir nur noch die y-Koordinate. Allgemein kann man das so schreiben. Phi von 3. Und das können wir natürlich mit dem besprochenen Befehl rechnen. Das ist entweder Normal-PDF oder bei dem Casio-Taschenrechner heißt das Normal-Dichte. Wir setzen die Werte einfach im Taschenrechner ein. Ich habe das jetzt schon natürlich vorbereitet. Und es kommt ungefähr 0,4 raus. So, damit könnten wir eigentlich schon hier das eintragen. Also, an der Stelle 3, das ist hier unser Erwartungswert. Dann haben wir den Wert 0,4. 0,4 müsste grob hier irgendwo sein. Dann, genauso können wir auch mit diesen zwei Wendepunkten verfahren. Zur Erinnerung, die x-Koordinate der Wendepunkte bedeutete einfach vom Erwartungswert einmal eine Standardabweichung nach links und eine nach rechts zu gehen. Ich fange jetzt natürlich mit der linken Seite und sage, okay, das ist Mu minus Sigma. 3 minus 1 sind natürlich 2 und somit müssen wir einfach nur phi vor 2 mit dem gleichen Taschenrechnerbefehl ausrechnen. Das habe ich natürlich auch gemacht. Dann kommt 0,24 ungefähr raus. Und der zweite Wendepunkt wäre natürlich dann bei phi plus die Standardabweichung. Das wäre 4. Und phi von 4 wäre natürlich ebenfalls 0,24. Das müsste man nicht mehr ausrechnen. Und die Funktion ist ja symmetrisch zum Hochpunkt. Und diese zwei Punkte werde ich jetzt auch hier eintragen. Also bei 2 haben wir ungefähr 0,24. Also müsste ungefähr hier sein. Und bei 4 ebenfalls. Das sind dann die Wendepunkte. Und ich habe das Schraubild schon vorbereitet. Es sieht dann am Ende ungefähr das Ganze so aus. Natürlich könnt ihr an dieser Stelle auch noch mehr Werte in Taschenrechner eintippen, um so eine genauere Skizze erhalten. Ich habe mich jetzt auf die wichtigsten 3 konzentriert. Und hier ist die zweite Beispielaufgabe. Ich überfliege wieder kurz die Aufgabenstellung. Die Zufallsgröße x ist normal verteilt mit µ gleich 10 und σ gleich 2. Berechne folgende Wahrscheinlichkeiten. Bei der Teilaufgabe a möchte ich mir die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner als 11 ist. Natürlich geht es hier um den zweiten Befehl. Und zwar bei dem Texas-Taschenrechner sogenannte Normal-CDF und bei dem Casio kumulierte Normalverteilung. Und es wäre nicht verkehrt, wenn wir uns auch diesen Bereich an der gauschen Glockenkurve vorstellen würden. Also x soll kleiner als 11 sein. Das bedeutet, uns interessiert ja praktisch dieser Bereich zwischen minusunendlich und 11. Und was wir praktisch mit diesem Befehl machen, ist den Flächenhalt hier zwischen Kurve und x-Achse zu bestimmen. Das entspricht genau der gesuchten Wahrscheinlichkeit. Die obere Grenze 11 ist natürlich bekannt. Die untere Grenze nicht. Es ist zwar minusunendlich, aber wir können natürlich nicht minusunendlich im Taschenrechner eintippen. Deshalb empfiehlt sich an dieser Stelle für minusunendlich einfach minus 1000 einzugeben. Also, Kurzfassung. Wir tippen für die untere Grenze minus 1000 ein, für die obere Grenze 11 und dann entsprechend die Werte für den Erwartungswert und die Standardabweichung. Und das habe ich natürlich schon im Voraus eingetippt. Und das Ergebnis lautet näherungsweise 0,691. Okay, dann noch eine weitere Beispielaufgabe oder Teilaufgabe. P von x größer gleich 8. Auch hier werden wir als erstes versuchen, uns das Ganze an der gauschen Glockenkurve vorzustellen. Also, P von x größer gleich 8 bedeutet praktisch, wir haben einen Bereich von 8 bis unendlich. Also möchten wir diese Fläche hier zwischen Kurve und x-Achse bestimmen. Das gleiche Problem wie vorher. Diesmal ist die untere Grenze 8 bekannt und die obere Grenze ist unendlich. Natürlich setzen wir auch hier für plus unendlich einfach 1000 ein. Und nach dem eintippenden Taschenrechner kriegen wir als Ergebnis hier an dieser Stelle eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 0,841. Noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Wir haben jetzt mit minus 1000 für minus unendlich und 1000 für plus unendlich gearbeitet. Für circa, glaube ich, 98% der Aufgaben wird das tun. Allerdings gibt es auch extreme Aufgaben, wo zum Beispiel der Erwartungswert bei 4000 liegt und die Standardabweichung bei 70. Da könnt ihr natürlich diese Werte nicht benutzen. Ihr müsst dann höher oder weiter runter gehen. Das bedeutet, wenn der Erwartungswert bei 4000 ist, dann können wir natürlich nicht als obere Grenze 1000 einsetzen, sondern wir müssen dann 10.000 oder ähnliches einsetzen. Also, passt euch dann einfach an die Aufgabenstellung an. Eine weitere Teilaufgabe könnte dann wie folgt aussehen. Das ist eigentlich ein fest festgelegter Bereich. Wenn wir uns das an der Glockenkurve vorstellen, sieht das Ganze dann so aus. Wir haben praktisch diesen Bereich von 7 bis 12, was wir ausrechnen wollen. Also ist genau diese Fläche. Das ist eigentlich noch einfacher. Man hat ja die untere Grenze 7, die obere Grenze 12 und man tippt das Ganze in diesem Befehl in den Taschenrechner. Und das Ergebnis hier an dieser Stelle ist dann ungefähr 0,775. Eine letzte Teilaufgabe zu diesem Befehl könnte dann eventuell so aussehen. Man kann das Ganze auch ein bisschen verallgemeineter hinschreiben. Zum Beispiel auch hier suchen wir die Wahrscheinlichkeit für den Bereich und zwar von µ-Sigma bis µ-Sigma. Natürlich müsst ihr die zwei Werte für den Erwartungswert und diese Standarderweichung von oben einsetzen. Und dann habt ihr einen konkreten Bereich, wo ihr die Wahrscheinlichkeit auf die gleiche Weise ausrechnen könnt. In diesem Fall käme ich hier ungefähr 0,683 raus. So, und das wären jetzt typische Beispielaufgaben zu dem zweiten Befehl. Und hier ist die dritte und letzte Beispielaufgabe. Bei dieser Art von Aufgaben handelt es sich um die sogenannten Umkehraufgaben. Ich überfliege wieder kurz die Aufgabenstellung. Die Zufallsgröße x ist normal verteilt mit µ-6 und Sigma-1, bestimme c, sodass folgendes gilt. Bei der ersten Teilaufgabe a steht da, p von x kleiner gleich c ist gleich 0,4. Natürlich ist für diese Art von Aufgaben der letzte Befehl für die Normalverteilung Taschenrechner zuständig. Rechts eingeblendet zur Erinnerung auf der linken Seite für den Texas-Taschenrechner. Inverse normal auf der rechten Seite für den Casio-Taschenrechner. Und es ist nicht verkehrt, wenn wir uns auch diese Wahrscheinlichkeit anhand der Gauschen-Glockenkurve vorstellen. Also, wir haben praktisch einen Bereich von minusunendlich bis c. Also, dieser Fläche oder dieser Wahrscheinlichkeit hier ist ja gegeben. Anhand der Aufgabenstellung sind es 0,4. Und wir wollen natürlich jetzt einen Wert für c bestimmen. Dafür tippt ihr in den Taschenrechner einfach den Wert der Fläche. Das wird als erstes normalerweise verlangt. Dann euer Wartungswert und die Standardabweichung. Und am Ende habt ihr für diese obere Grenze c ungefähr den Wert 5,75. Das hört sich alles sehr einfach an. Allerdings kriegen wir ein kleines Problem, wenn die Aufgabenstellung so aussieht. Also, wir wollen jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass x größer als c ist. An der Gauschen-Glockenkurve sieht das Ganze so aus. Also, wir haben praktisch diesen Bereich hier von c bis unendlich. Ich schaffe hier nochmal kurz die Fläche. Und der Flächenhalt ist natürlich bekannt mit 0,7. Zur Erinnerung, wir haben auch vorher gesagt, dass der Taschenrechner leider nur von minusunendlich bis zu einer bekannten Grenze das Ganze ausrechnen kann. Das bedeutet, hier müssen wir noch ein bisschen umformen. Also, wenn ihr das Schaubild anschaut, zur Erinnerung. Die Gesamtwahrscheinlichkeit beträgt natürlich immer 1. Also, die gesamte Fläche unter der Kurve ist 1, weil das eine Dichtefunktion ist. Das bedeutet für uns dann automatisch, dass die Wahrscheinlichkeit für den linken Bereich hier von minusnendlich bis c 0,3 ist. Und genau das können wir auch nutzen, beziehungsweise hinschreiben. Wir können dann sagen, p von x kleiner gleich c, also das ist die Wahrscheinlichkeit für den linken Bereich hier von minusnendlich bis c, ist gleich 0,3. Und dann gibt es eigentlich keine Probleme mehr. Jetzt können wir ganz normal, genauso wie vorher, alles in den Taschenrechner eintippen und für c eine passende Grenze bestimmen. Die beträgt in diesem Fall ungefähr 5,48. Noch ein Hinweis an dieser Stelle. Diese Umkehraufgaben können deutlich komplexer bzw. unangenehmer werden. Weitere Beispielaufgaben dazu findet ihr entweder oben rechts unter den I-Punkt oder gleich am Ende im Abspann. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Wie ihr bereits gemerkt habt, die Eigenschaften der gauschen Glockenkurve spielen auch für diese Art von Aufgaben eine wichtige Rolle. Außerdem sind in diesem Zusammenhang vielleicht noch wichtig die sogenannten Umkehraufgaben, die wir schon ein bisschen angeschaut haben. Der Satz von Mois-Runner-Plus und natürlich besondere Eigenschaften der Dichte-Funktion. Wenn Bedarf, Tutorials zu all diesen Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn Euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.